Schmerzen im Handgelenk? Das passiert häufig beim Sport oder im Alltag. Ihre Handgelenke werden überbeansprucht, sie entzünden sich und sind nicht mehr voll belastbar. Mit Dermaplast Active Kinesiologisches Tape lindern Sie solche Beschwerden und unterstützen die Heilung, ohne dass sie in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Schmerzen im oberen Handgelenksbereich lindern können. Die Anwendung ist ganz einfach. Sie benötigen lediglich eine Rolle Dermaplast Active Kinesiologisches Tape und eine Schere. Die Haut sollte trocken, sauber und fettfrei sein. Auch Haare sollten Sie vor dem Anbringen entfernen, so verhindern Sie, dass sich das Tape vorzeitig ablöst. Die zwei unterschiedlichen Tapefarben im Video dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie können natürlich auch in nur einer Farbe tapen. Schneiden Sie zu Beginn einen Tape-Streifen mit ca. 20 cm Länge zurecht, sowie zwei weitere mit ca. 10 cm Länge. Runden Sie die Tapes an allen Enden, wie hier gezeigt, ab, da sich spitze Ecken schneller ablösen als eine Rundung und oft als störend empfunden werden. Halten Sie nun den betroffenen Arm nach vorne und überstrecken Sie das Handgelenk nach hinten. Die zweite Person bringt zunächst eine der beiden kurzen Tape-Streifen an. Reißen Sie die Schutzfolie mittig ein und klappen Sie die beiden Enden etwas auf. Dadurch werden einige Zentimeter der Klebefläche freigelegt. Legen Sie das Tape mit der Klebefläche auf dem Puls an. Dabei muss das Tape unter Zug sein. Führen Sie ein Ende des Tapes um das Handgelenk herum und lassen Sie es ohne Zug auslaufen. Entfernen Sie dabei die Schutzfolie. Wiederholen Sie das Ganze mit dem anderen Ende des Tapes. Beugen Sie nun das Handgelenk nach unten in Richtung Handfläche. Nun bringen Sie den langen Tape-Streifen an. Beginnen Sie dabei auf der Höhe des Handgelenks. Führen Sie das Tape über das Handgelenk und lassen Sie es unter Zug an der Oberseite des Unterarms auslaufen. Halten Sie das Handgelenk weiterhin gebeugt. Zum Schluss wird das zweite kurze Tape angebracht. Reißen Sie die Schutzfolie wieder mittig ein und klappen Sie die beiden Enden auf. Beginnen Sie an der Oberseite des Handgelenks. Kleben Sie das Tape unter Zug von der Mitte aus an und führen Sie eine Hälfte um das Handgelenk herum. Lassen Sie das Tape Richtung Puls ohne Zug auslaufen. Verfahren Sie ebenso mit der zweiten Hälfte des Tapes. Beide Enden des Tapestreifens sollten sich nun überlappen. Reiben Sie zum Schluss alle Tape-Streifen gut an bzw. streichen Sie es mehrfach gut aus. So aktivieren Sie die Klebeschicht und gewährleisten einen sicheren Halt. Dermaplast Active wünscht Ihnen gute Besserung für Ihr Handgelenk.